Ich habe mich erwischt, das ist ein guter Mauch. Jetzt bin ich noch ein bisschen verloren gefallen. Ich hoffe, ich habe es auch überlegt. Ich mache es hier. Nein. Nein, sicher nicht. Irgendwo gibt es ja auch ein Eskoland. Jo, aber das müssen wir da wissen. Daumen dran. Sieh los. Danke. So, da schlafen wir noch einen kleinen Ball da. Nachmittag. Ah nein, das ist mein Feier. Das mache ich noch verschiedene Folgen, die ich sehe. Und das ist in diesem Video hier. Und jetzt gehen wir jetzt quasi so. Und auf diese Weise ist ein Auto ca. 0,03 km. Ich bin da natürlich wieder für euch. Schon wieder? Ich bin da natürlich wieder für euch drin. Das hier ist die Untertorfinsel, die entstand vom Ausschönen des Sees. Das gehört zum Naturschutzteil, nicht zum Badeteil. Das hier ist die Untertorfinsel, die entstand vom Ausschönen des Sees. Das hier ist die Untertorfinsel, die entstand vom Ausschönen des Sees. Das hier ist die Untertorfinsel, die entstand vom Ausschönen des Sees. Das hier ist die Untertorfinsel. Das hier ist die Untertorfinsel. Das hier ist die Untertorfinsel. Das hier ist die Untertorfinsel.